Hallo Sir St. Krauss Schüler, hier ist Rita vom Adelaide. Heute ist es sehr, sehr heiß in Adelaide, aber wir sind am Beach und da kann man es aushalten. Also genießt euren Flug. Freitag, wenn ihr kommt, ist alles wieder im grünen Bereich. Wir freuen uns, euch zu sehen. Habt viel Spaß in Singapur. Bis Freitag. See ya!